So, hallo ihr Lieben, Christian Schoenberg, Patropat, Diplom-Sycologe und so weiter und so fort. Heute im Retro-Ticket von Bayern mal. Ich habe so alte Olympia-Bilder, das sind nicht genau die gleichen Farben. Das sind random Facts, die keiner wissen muss. Ich war es noch mal kurz auf meine Lesereise in Hamburg, Karlsruhe, Frankfurt und München. Ich packe den Link hier noch mal rein. Ich hoffe, ich denke nächstes Mal dran. Und ja, heute haben wir mal wieder eine Bitte um eine Analyse einer Beziehungssituation. Heute haben wir mal, wie das dann so ist, wenn man sich dann mal herausgearbeitet hat aus toxischen Beziehungen, eine normalere Beziehung, was natürlich auch nicht immer heißt, dass dann alles glatt läuft von einer Zuschauerin. Also, lieber Christian, ich möchte gleich zur Sache kommen und dir erstmal die Hard Facts liefern. Ich bin weiblich in den 30ern und habe eine recht turbulente Vergangenheit hinter mir. Vor zehn Jahren wurde bei mir Borderline diagnostiziert. Ich bin seit vielen Jahren alkoholabhängig und habe Tendenzen, ja, auch im Bereich, glaube ich, mehr muss man noch nicht wissen. Irgendwo, ja, wollte nur mal sagen, einfach nochmal Richtung DSM, nicht DSM, sag ich schon, ECD11, der ja dann irgendwann auch implementiert sein wird, wird das ja alles neu geregelt. Gibt es zwar immer noch Borderline, aber da sagt man halt, ja, das ist keine lebenslange Diagnose. Da habe ich nicht ganz genau die Zahlen im Kopf, aber viele Diagnosen sind nach fünf Jahren oder noch mehr Jahren, können nicht mehr repliziert werden, was natürlich heißt, ja, ist eben nicht mehr so da. Und das ist, ja, finde ich sehr ermutigend. Genau. Meine Kindheit war geprägt von einem dominanten, kaltherzigen Vater und einer Mutter, die mehr oder weniger die Taten meines Vaters stillschweigend abgenickt hat. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens alkoholisiert, um die Anerkennung von irgendwelchen Männern gebuhlt, hatte unzählige sinnlose Affären und war meist unglücklich. Ich, äh, noch vor ein paar Jahren fand ich mich an einem absoluten Tiefpunkt mitten einer hochtoxischen Affäre mit einem älteren Vorgesetzten, der vermutlich narzisstisch war. Ja, also Narzissmus und Borderline ist ja aus meiner Sicht, und nicht nur aus meiner Sicht, das absolute Horror, das Schlimmste, was es auch gibt eigentlich. Das, man macht sich einfach, äh, komplett fertig damit, so, ne. Ähm, genau. Äh, nun, jetzt ein paar Jahre später sieht mein Leben ganz anders aus. Gott sei Dank fand ich meinen Lebenswillen wieder, habe mit dem Kerl gebrochen, äh, Job gekündigt, freiwillig eine stationäre Alkoholtherapie gemacht. Mega, ganz toll. Äh, man, ja, ich bin, äh, trocken, wodurch auch mein Borderline nicht mehr ganz so ausgeprägt ist. Lediglich mit der Impulsivität kämpfe ich noch. Hab einen tollen neuen Job gefunden, wo ich schon zweimal befördert wurde und, äh, bin seit vier Jahren in einer recht stabilen Beziehung. Also, Änderung ist möglich. Äh, wir haben mittlerweile sogar ein Kind, das auch von beiden gewollt war. Da ich deine Videos wieder vermehrt ansehe und mir generell viele Gedanken über Zwischenmanagees mache, habe ich mir, äh, die Frage, folgende Frage gestellt. Ob ich nicht in Wahrheit wieder in einer zumindest leicht toxischen Beziehung gelandet bin, nur mit dem Unterschied, dass ich nun ein Minuspol bin. Ja, also ich kann schon gleich sagen, ich denke, aus meiner Definition wäre es jetzt nicht toxisch, aber vielleicht trotzdem unglücklich. Toxisch ist für mich ja immer der, äh, der Marker ist, ob man selber eine Liebessucht gerät, so. Und die kann ja für den einen toxisch sein, für den anderen nicht. Also, ähm, gut, man könnte jetzt auch sagen, Beziehungen, wo schlimme Sachen passieren, sind generell toxisch. Aber ich würde diesen Begriff gern, weil man benutzt ja eh jeder, wie er benutzen will. Ich habe ja neulich, hat mir ja jemand geschrieben, wie kannst du auf diesen Zug aufspringen mit toxischer Beziehung? Boah, ist für mich ja so hart getriggert, weil ich würde sagen, ich habe den Begriff wirklich nach Deutschland mitgebracht. Muss man ja auch mal sagen. Und, äh, das war schon echt, äh, skurril. Aber ich würde das, wie gesagt, ich finde den eigentlich besser, in diesen liebessüchtigen Beziehungen den zu benutzen, ne. Ja, gut, aber das nur dazu, ähm, so, jetzt habe ich hier den Faden verloren, einen Moment. Und, ähm, also, mein, äh, Partner ist, äh, ja, ein bisschen älter geschieden, äh, hat ein paar Kinder, äh, war ewig zusammen in seiner Ex-Frau, hatte davor nur eine unbedeute Beziehung. Ich habe ihn im Job als sehr ehrgeizigen, zielstrebigen Kollegen kennengelernt, der auch, äh, wieder im Arbeitsleben, aber gut, irgendwo muss man ja jemanden kennenlernen, der auch keine Konflikte scheut. Im Privatleben ist er allerdings komplett anders, stark konfliktvermeidend und ein wenig verpeilt. Ganz generell ist er eher das Gegenteil von Männern, auf die ich früher abgefahren bin. Ich möchte den Begriff Betamann nicht überstrapazieren, aber ich würde ihn definitiv eher da einordnen. Ja, also, im Gegensatz zu anderen hier auf YouTube, äh, behaupte ich ja auch, dass eine Frau eigentlich immer jemanden will, der, ich sage ja immer, lieber an seiner Polarität ist. Unabhängig davon, ob sie eine Affäre hat, ob sie eine Beziehung hat, also, dass Frauen so gezielt es toll finden, Betamänner zu haben, ist mir jetzt persönlich, ehrlich gesagt, noch nicht untergekommen. Da habe ich so ein bisschen eine andere Meinung und sieht man bei dir jetzt auch wieder. Er ist sehr liebevoll und auch den Kindern gegenüber unsere Beziehung bestand zu Beginn immer wieder auf der Kippe und verstärkt durch das Scheidungsverfahren geprägt. Ja, also, das ist immer wirklich grausam, wenn man da so drin hängt. Ist auch immer die Frage, war er dann auch schon so bereit, wirklich für eine neue Beziehung? Also, Männer verlassen ja immer ungern ihre Höhle, ne, total ungern mit den Kids und so, äh, also die meisten zumindest. Er hat mir immer wieder gesagt, er liebt mich und hätte auch wirklich nicht mit seiner Ex abgeschlossen. Ja, boah, hat er sich ja geduldig, wissen wir ja, dennoch hat er sich von ihrem Verfahren immer wieder auch mit dem Finger wickeln lassen. Das, wenn man ein bisschen pluspolig, co-abhängig ist, passiert das, kennen wir ja alle, was mich sehr verletzt hat und die Sache ewig in die Länge zog. Bereits nach einigen Monaten war erkennbar, dass man immer wieder einen Arschtritt verpassen muss, damit er in die Gänge kommt. Nach mehreren Wochen Dating zum Beispiel hat er immer noch ein Foto seiner Ex-Frau am Handy. Gut, ist immer die Frage, ob das jetzt irgendwo in den Fotos ist oder ob es das Hintergrundbild ist, sag ich mal. Ähm, aber gut, wie gesagt, diese einzelnen Sachen, ich finde, das ist immer schwierig, wenn man sich aus einer wirklich jahrzehntelangen Beziehung rauslösen muss. Das ist ein langer Prozess der Jahre dauert. Natürlich kann man da auch schon wieder eine Beziehung haben, trotzdem, da weißt du auch, viele Menschen daten ungern. Oder viele Frauen daten ungern Männer, die gerade getrennt sind, weil die genau sowas keinen Bock haben, was, glaube ich, doch relativ häufig ist. Und, ja, als ich ihn darauf angesprochen habe, meinte er, hätte er das Bild schon ewig dauert und es nicht mehr bewusst wahrgenommen. Ja, wie gesagt, diese, das ist so jetzt diese Aufzählung, wo man einmal guckt, ja, ist das vielleicht doch ein bisschen viel, dass er noch mit dir beschäftigt ist. Also ich glaube, man kann da nicht so eine Sache jetzt so rausnehmen. Auch der Ausdruck von zu Hause wurde von mir quasi erzwungen. Ja, das ist natürlich schon, auch das würde ich so ein bisschen Vorsicht walten lassen, auch so aus Gefahr von Dreiecken, Männer zu daten, die auch immer noch zu Hause wohnen. Aber gut, es kommt vor, man findet keine neue Wohnung. Also, wie gesagt, das kann alles passieren und viele sind in diesem Umbruch von der letzten Beziehung. Also, dass man jetzt nicht grundsätzlich sagt, die daten wir auf gar keinen Fall, kann ich auch verstehen. Ich habe ihm nach einem halben Jahr klar gesagt, dass er sich entweder fix zu mich entscheidet, was er in baldigen, also okay, ein halbes Jahr ist natürlich viel zu lang. Das ist wirklich sehr auffällig, was er in baldigen Auszug nach sich ziehen muss oder er bleibt eben bei ihr und das war es dann mit uns. Ja, Steilers und Dealbreaker, gut gemacht. Solche Situationen, wo ich praktisch zu Dingen drängen musste, gab und gibt es immer wieder in unserer Beziehung. Ja, und es wirkt eben auch nicht polar, also das verstehe ich schon absolut. Weil Polarität ist eben auch, Entscheidungen treffen können, nach vorne gehen, klar sein, das siehst du ja nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, kann ich verstehen, aber du machst das schon richtig, dass du sagst, das interessiert mich jetzt nicht. Also, ich muss auch mal auf uns jetzt gucken, auf mich, was ich brauche und finde ich absolut richtig. Da für uns beide klar war, dass wir irgendwann zusammenziehen wollen, wusste ich, dass ich selbst massiv dahinter sein musste. Ja, aber es ist so ein bisschen das Problem, dass du ihn ein bisschen früh vielleicht kennengelernt hast. Ich könnte mir vorstellen, wenn er erstmal jetzt alleine gewohnt hätte und siehst, oh, das ist irgendwie auch ganz cool. Und mal gucken, wie es, und jetzt, ach ja, jetzt hätte ich ja Lust, vielleicht mit jemandem zusammenzuziehen. Also, so hast du jemanden, der ist einfach nicht klar irgendwie, ne? Er musste dahinter sein, regeln das Zusammenleben, es bei den Kindern einzuführen. Ja, jetzt übernimmst du die ganze, kommst du quasi so in die männliche Polarität, dass du musst Sachen regeln, dich drum kümmern. Und das nervt dich halt, ne? Und findest du unattraktiv, ne? Ja. Trotzdem natürlich grundsätzlich, guter Schritt, dass du jetzt nicht so Bad Guys datest, wo es dann wieder toxisch wird. Ja, es ist halt dieses Dazwischen zu finden, ne? Das ist halt so der Königsweg und ist nicht leicht, aber grundsätzlich möglich. Er war heilus überfordert. Ich habe nie an seinen Gefühlen gezweifelt. Jedoch habe ich durch seine ständigen Untätigkeiten langsam das Vertrauen in ihn verloren. Also, ich kann das bis hierhin alles komplett nachvollziehen. Vor allen Dingen, wenn du siehst, dass es auf der Arbeit schon geregelt kriegen kann, ne? Fühle mich sehr unter Druck, ständig sein Leben zu regeln und bin vom Mental Load erschlagen. Also, ja, erschöpft dich, ne? Er hingegen kann das nicht nachvollziehen. Er sei eben der gemütliche Typ, würde alles schon irgendwie laufen, aber eben ohne Plan und langsamer. Ja, auch das ist Gegenteil von männlicher Polarität. Ja, das ist so, ja, er ruht sich quasi aus auf dir und auf seiner Ex irgendwie. Und, man, da gibt es viele Männer, die so inaktiv sind. Ja, aber da kannst du letztlich nicht, wenn du hast es, denke ich, klarst gesagt, wenn ich das so richtig höre. Und er nimmt es einfach nicht ernst, ne? Dass das für dich unter Umständen irgendwann D-Racker wird. Und, ja, ich finde es auch nicht, ich meine, es ist alles, wie gesagt, es gibt es alles. Aber also richtig fair ist das natürlich auch nicht, sich da so darauf aufzuruhen, ne? Muss ich schon echt sagen. Und klar, nervt dich das total, ne? Also, versuche ihn nicht zu retten, ne? Also, das ist ja auch manchmal, ähm, so ein, ja, also, du willst nicht gerettet werden müssen unbedingt. Aber du solltest auch nicht, andere auch nicht versuchen, jetzt so Männer zu retten. Ich meine, du schreibst jetzt nicht so wie jemand, der so ein typisches Retterthema hat. Aber, äh, trotzdem, es ist, irgendwann ist es einfach zu viel, ne? Ja, äh, ich bin aber jemand, der Kontrolle, Sicherheit und Pläne braucht. Zusätzlich kommt die für mich schwierige Patchwork-Situation, wo wir sehr unterschiedliche Auffassungen von Erziehung haben. Ist bewusst, dass es für mich gesünder wäre, ich würde mich hier mehr rausnehmen. Oft habe ich den Eindruck, dass er ohne mein Zutun komplett stagnieren würde. Und uns die Kinder nur auf der Nase rumtanzen würden. Es geht mir also durchaus auch darum, meine eigenen Grenzen gewahr zu wissen. Ja, also, wenn du dich vor allen Dingen auch noch um seine Kinder kümmerst, musst du echt auffassen, dass, ja, weiß ich nicht, dass du nur am Machen bist und kriegst eigentlich nichts raus, irgendwie, ne? Das führt dazu, dass wir regelmäßig diskutieren und streiten und nicht vom Fleck wegkommen und ich mich nicht mehr wirklich wohl in dieser Beziehung führe. Ich habe ihn kürzlich darauf angesprochen, dass wir sehr unterschiedlich wären und nur noch streiten würden. Er war daraufhin richtig verwirrt. Er würde das nicht als Streit empfinden. Tatsächlich ist es aber wirklich so, dass ich oft massiv auf ihn einrede und er komplett zumacht. Irgendwann das abnickt, was ich sage, und dann halbherzig umsetzt. Mir geht es damit nicht gut. Ich würde mich als durchaus reflektierten Menschen betrachten und weiß, dass ich mich gerne in Dinge einmische, die mich eigentlich wenig angehen und bin die oft stark kontrollierend. Beziehungsweise zwinge ich meine Meinung auf. Gut, es kann natürlich sein, dass ihr nicht so ein günstiges Streitverhalten habt, ne? Also, dass ihr zu sehr so Schmerzkörper geht, dass es zu laut wird. Also wäre mein Tipp auf jeden Fall immer versuchen, cool zu bleiben. Lass dich nicht antriggern. Sag ganz ruhig, was du denkst. Sonst bist du irgendwann auch wieder so die Borderline-Tante, die sich immer aufregt, ne? Also, große Anführungsstriche, so, das passiert immer so schnell, selbst wenn man keine Historie hat von so einer Diagnose, ne? Dass Frauen sagen immer, ey, man, alles Narzissten. Männer sagen, diese Borderline-Tante. Ne, also, bleib da versucht, da wirklich ruhig zu bleiben, aber on point, ne? Dass du sagst, nee, das geht nicht, ne? Also, ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass du dich hier abgrenzt und du bist da schon in der Gefahr, zu viel zu machen, ne? Aber klar, du kannst, das ist immer so ein feiner Unterschied zwischen Standards und Dealbreaker-Sätzen. Wie gesagt, mach mal mein Modul 1 dafür. Und, ähm, aber sie dem anderen nicht aufzwingen, ne? Also, du kannst sagen, so, ich möchte mein Leben so nicht leben. Das ist eine ruhige Setzung von Standards und Dealbreakern. Du ganz persönlich musst, du musst dich jetzt ändern und du musst das und das machen, das wäre Meinung aufzwingen, so, ne? Das ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied. Das war, das, was ich eigentlich nicht verstehe, dass er sich nicht dagegen behauptet, ja. Ja, da kommen wir jetzt, sagen die Red Pillar und so weiter. Das ist ja immer Shit-Test. Also, ist, glaube ich, auch ein bisschen was dran. Dann, äh, aber ich glaube, es ist auch insgesamt menschlich immer wieder, wenn da so Lücken entstehen, dass man testet, ne? So, wie stark ist denn jetzt der Partner? Wo ist denn eigentlich die Grenze? Wir Menschen neigen dazu, obwohl das eigentlich nicht so ein guter Zug von uns ist, wenn da jemand so einen Raum aufmacht, ähm, ja, dass, dass man diese Grenzen dann ausnutzt. Aber ehrlich gesagt macht er das ja auch, ne? Also, er nutzt diesen Raum, den du aufmachst, dass du zwar viele Sachen sagst, aber sie nicht knallert, umsetzt, nutzt er den Raum, äh, ja, wäre schon sich ein bisschen auszuruhen auf der ganzen Situation, das macht er ja auch, ne? Äh, ich denke, man könnte die Situation vereinfachen, indem man einfach von Beginn an sagt, okay, das ist deine Meinung, ich teile sie aber nicht, ich werde das so nicht tun. Und das wäre die polare Reaktion. Also, ich verstehe schon das mit diesem Beta, kann ich komplett nachvollziehen, ja. Ich weiß, dass mein Verhalten nicht okay ist, aber irgendwann ist es doch auch menschlich, dass man über Grenzen hinweg geht, die nicht verteidigt oder gar nicht aufgestellt werden. Ja, aber menschlich ist immer alles, ne? Also, wenn du ein zu krasses Streitverhalten hast, würde ich da auf jeden Fall dran angehen und nicht sagen, äh, okay, er ist ja hier so puschelig, macht nichts und deswegen ist es okay, wenn ich mich so vielleicht laut über ihn aufrege, ne, es ist trotzdem, na klar, also ein bisschen frische Parkkommunikation muss man natürlich immer haben, aber es ist trotzdem eigentlich nicht okay, weil natürlich, sagen wir mal, versuchen ruhig zu reden und nur weil du da von der Wand läufst, also vielleicht ist das so dein Gefühl. Ich sehe übrigens nicht so richtig, wo du hier in den Minuspol rutscht, weil, weiß auch nicht, ob er jetzt immer nicht Minus, aber du prallst ja ab an so Mauern bei ihm eigentlich, ne? Das hat ja eine Ahnung, habe ich schon, ne? Äh, und dann, wenn man jetzt mal, denke ich, die Begriffe bei so, wenn die Beziehungen nicht so direkt toxisch sind, dann passen die immer besser, dass du so, äh, in den Attacke-Modus gehst, also es ist dieser Rückzugs-Attacke-Zyklus und er wirkt auf mich so, als wenn er in so eine Rückzugs-Energie geht, habe ich auch Videos so gemacht, ähm, und dann rennst du immer wieder vor diese Tür sozusagen, ne? Ja, das ist, glaube ich, deutlich. Er selbst dürfte das nicht ernsthaft ändern wollen, sein Leidensdruck ist offenbar nicht über zu wenig vorhanden. Wie beurteilst du diese Beziehung? Ja, äh, es wird ja immer wieder beklagt bei mir in den Kommentaren, kann ich auch verstehen, dass Männer so zu wenig an sich arbeiten wollen, äh, ist auch, denke ich, so. Und Männer brauchen häufig wirklich ganz klare Ansprache, bevor sie überhaupt merken, dass, äh, jetzt mal der Gong geschlagen hat. Ich glaube schon, dass du verbal deutlich wirst, vielleicht auch zu deutlich, was vielleicht so ein bisschen fehlt, vielleicht guckst du da nochmal rein, wenn du es noch nicht hast, äh, oder wenn es hast, Modul 1, das wirklich nochmal ganz klar zu formulieren, dass du sagst, ich erwarte von dir, also so als Mindestanforderung das und das in dem und dem Zeitraum und dass du das nicht so als, du drängst ihn dazu, sondern du brauchst es für dich. So, wenn er dann sagt, kann ich aber nicht, weil meine Ex-Frau macht schon wieder dies und jenes, dann sagst du, ja, aber sorry, dann passt es nicht, ne, da akzeptiere ich, dann passt es nicht. Also so eine coole, laid-back-Haltung, ähm, hat so den größten Impact. Und dann merkt er vielleicht, oh, er kommt jetzt da nicht weiter und, äh, was weiß ich, das Ultimatum rückt ran und er weiß genau, was zu tun ist. Und, äh, sollte er natürlich dann auch wissen, wenn er es nicht macht, dann hat es eben die Konsequenzen, dass du das so nicht, äh, fortsetzen willst. Also in die Richtung, äh, würde ich mal gehen, weil man muss manchmal Sachen in Beziehung hart verhandeln. Ich vermute aber mal, wie gesagt, ich finde es jetzt nicht das, was ich so üblicherweise mit toxischer Beziehung meine, sondern, äh, ja, Alltags-Nervkram im Beziehungsübergang mit Leuten, die vorher zig Jahre in anderen Beziehungen waren. Können wir vorstellen, dass dir das irgendwann so auf die Nerven geht, dass du sagst, äh, boah, nee, der soll erst mal sein Leben auf die Reihe kriegen, weil wirkt jetzt nicht so, als wenn er das, äh, schon hätte. Und lass dich dann nicht wieder, weil du bist gerade in so einem guten Punkt, eigentlich lass dich dann nicht wieder ausbrennen von so einer Beziehung, dann ist dir lieber früher die Reisler, dann würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich auf eure Kommentare auch, äh, konstruktiv wie immer und hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht schon im Dezember in Hamburg auf der Lesung. So.